Es ist ein... Ein Zeittor... Nein! Nein! Schala! Janos! Das ist... Nee, das ist... Hey! Hier ist nichts. Das muss... Das Zeitende sein. Was? Das Zeitenende sein. Aha! Du bist... Du warst diese ungezogene... Ungezogene... Range. Hm. Seit ich durch Lavos Zeittor in der mittleren Ära gestrandet bin, habe ich auf eine Revanche gewartet. Ihr kam dazwischen, als ich Lavos in mein Schloss beschwört hatte. Paradox, dass ich ausgerechnet wieder hier landete, nachdem ich in ein weiteres Tor gesogen worden war. Ich kam aus der Zukunft. Und meine Kenntnis der Vergangenheit ließ mich die Königin glauben machen, ich sei ein mächtiges Orakel. Aber kein Geschichtsbuch konnte mich auf die hiesigen Ereignisse vorbereiten. Unvorstellbar ist Lavos Macht. Wer sie herausfordert, muss untergehen. In diesem Fall werdet auch ihr einem schrecklichen Schicksal entgegensehen. Diese Geschichte ist so tragisch, deswegen verspreche ich mich ständig. Wie dieser arme Na Kuro. Du wagst es ihn zu beleidigen? Er ist Geschichte. Wer mit dem Feuer spielt, muss verbrennen. Magos, hüte deine Zunge. Ihr wollt mich bekämpfen? Eigentlich ja, ich kann dich nicht leiden. Aber andererseits... Meinungsfreiheit, verdammt. Nein. Dich zu bezwingen bringt weder Kuros noch Kuro zurück. Hm. Können wir mit dir reden? Und warum ist jetzt der Vorkauf einmal... Wartet. Ich komme mit euch. Verrat! Wisst ihr... Es könnte möglich sein, ihn zurückzubringen. Unsinn! Kasper. Der Guru der Zeit weiß, wie man verlorene oder verrutschte Zeitströme richten kann. Wir lassen es bei Markus. So, aber die Gruppe lassen wir so. Beziehungsweise... Da! So, ich möchte Marle wieder als erstes haben. So. Oh... Um Gottes Willen! Oh, ich habe da jetzt nicht hundertprozentig drauf geachtet, in welcher Zeitzone er sich befindet. Äh, was ist das? Äh... Wir Kriegenau... Was Kriegenau? Interferenzen von einem enormen Tor. Das kann nicht sein. Na was? Hm? Schind der Bastion... Aufstehen! Was ist gut? Was ist, was wir? Was ist ein, was wir hier? Wer... Ja, nicht da. Hast du den Tee... Ich glaube, sie rufen uns. Es scheint, als würden wir dort hineingesogen. Der Seepalast ist aufgestiegen. Zumal er sich uns zeigt. Moment, wo ist der Seepalast eigentlich hingestürzt? Ach, da ist er. Äh, düster Omen. Okay, aber... Einmal landen. Ich möchte vorher mal gucken. Aha! Oh Gott. Äh, nö. Schauen wir doch mal rein. Äh, zurück zu Epoch? Nein. Wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um. Keine Ahnung, was uns hier erwartet. Äh. Äh, oh Gott. Äh. Heilen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Okay. Ich wollte gerade sagen, darf ich heute auch mal noch was machen? Meine Güte. So, Luca. Du darfst angreifen. Wow, Luca. Ich bin begeistert. Warum können wir nicht vier Leute in der Gruppe haben? Würde ich sehr gerne Luca mit dabei haben wollen. Ach, die können wir ja mit normalen Autohits kaputt hauen. Meine Güte. Können wir hier schon mit Taktik anfangen? Boah, 2000 Erfahrungspunkte. Wow. So, rein da. Ich will wissen, was da drin ist. Oh Gott. Ach, das ist doch, äh, die Königin oder so. Narren. Kapiert ihr es immer noch nicht? Wir sind unsterblich. Wir werden mit Lavos für immer leben. Der die Erde im Schlaf aufzehrt. Ich glaube, das ist die falsche Synchronstimme. Äh. In knapp 14.000 Jahren wird Lavos genug Energie besitzen und herrschen. Das düste Omen ist ein Pfad zu Lavos. Es ist ein Heiligtum, welches uns mit unbegrenzter Macht ausstattet. Solange der Mächtige regiert, sind unsere Träume hoffnungslos. Boah. Ihr solltet euch dem mächtigen Lavos opfern. Haha. Alter, du Penner. Ich komm... Oder Olle. Ja, das wird wehtun. Ja, klar. Ja, Marle hat sich in der Zwischenzeit mal entschieden, sich hinzulegen. Warum auch echt? Okay. Haha. Okay, Luca und Marle sind immer noch auf Drogen. Sind voll am Lachen hier. Oh Gott, das Ding hat auch noch mehrere. Komm schon, tu mir das jetzt nicht an hier. Wir wollten mir jetzt ja nicht ganz... Wir wollten mir jetzt ja nicht... Alter. Ja, klar. Ja, toll. Da kann ich doch gar nichts mehr machen. Euer Ernst. Ich dreh am Rad. Ich dreh am Rad. Ah. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. So, und das sind wir wieder. Gottes Willen. So. So, wie es scheint. Müssen wir woanders hin? Warum seid ihr eigentlich noch da? Er hat gehalten und ist von Natur aus kein König. Äh, was ist geschehen? Was ist geschehen? Na. Ich würde ja ganz gerne... Ich würde ganz gerne ans Ende der Zeit. Oder müssen wir den wirklich besiegen? Erstmal gucken, was hier ist. Ah, wir kommen ans Ende der Zeit. Sehr schön. So. Äh, gut. Hier ist Markus. Es ist egal, ob er hier ist oder nicht. Meine Aufmerksamkeit gilt anderen Dingen. Markus, äh, ne, Markus sagt das. Geht ihr mit mir? Äh, nein. Die Schwachen wollen schwach bleiben. Ja, immer mit der Ruhe. Alter Mann. Also hier, äh. Hey, wo ist der gesunde Junge mit den...